I am a king, give me a throne, I need a queen and she better than mine. I need a palace, I need a horse, if you want gold then I am the source, I need a sword. I got my team, we going to war, you want my kids, you be my pawns, we don't relate, you're taking the laws. I am a king. Hi Leute, was geht ab? Lukas Rage ist wieder aufscherbt und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute kommt die vierte Folge der Ich muss da landen, solange ich den Wind nicht holen würde. Ja, ich habe es wieder anders gesagt, aber egal. Auf jeden Fall landen wir heute bei Missy Meadows und werden wir sehen, ob ich den Wind hole oder nicht. Wir sehen uns in der Runde, also ab dafür. Ach, das ist wieder ein spatter Ayoga, ich sehe keinen Timo. Keiner Ayoga? Keine Gegner? Keine Gegner? Das ist echt krasse Musik, die wir nicht gesehen haben. Ich glaube, das sind Bots-Teams, ich bin mir nicht sicher. Ufo. 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 Drei, sechs, eins. Oh, die bannen auf mich. Das ist wieder aggressiv, Timo. Chillig. Habt alle? Oh, da hat eine goldene Waffe gedroppt. Oh, da haben wir ein neues Video geguckt. Er hat geschrieben, Hops genommen, Hops genommen, Hops genommen. Ja, da ist irgendwie jemand bei uns gewesen. Ich hatte ja keine Waffe. Erinnert euch, ich hatte dann irgendwann eine Waffe, aber One-Hit. Dann habe ich eine Pistole genommen, habe ihn von hinten abgeschossen. Dann habe ich Timo gesagt, Hops genommen, Hops genommen, Hops genommen. What? Ah, ich bin nicht so gut. Ich bin ja nicht so gut. Ich snipe erst mal nur hier in Menschen. Setting. 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 Hops genommen, Hops genommen, Hops genommen, Hops genommen. Timo, komm mal rüber, ganz zurück zu mir. Ich habe gar keine Eier. Was? Ich habe keine Eier. Ich habe keine Eier. Doch. Das ist ja so an. Ja, ist die Hops. Ihr habt es gesehen Falten wir den Raketenwerfer, Mann. Oh, die Pfeifen Auch hier ist Boah, warte mal, ich habe alle gehtippt Sind gemoved Ist das das doppelte Team da, oder? Warte mal, hier drin ist das Team Timo, glaube ich Ja, warte mal, ich habe alle gehnisse Was ist das? Hast du ihn? Eben noch einen Solo! Ah ne, hast du ihn gefinisht oder? Hier waren zwei Solos im Gebüsch! Ich seh ihn! Der ist unten drinne! Down! Let's go! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da! Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt... ...Rasur in der Location! ... ... ... ... ...